Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier beim Dorf. Ich habe mich jetzt ein bisschen informiert und scheinbar müssen wir irgendwo, sollte hier ein Händler sein. Also das ist eigentlich in jedem Dorf so. Und mit dem können wir das Ganze tauschen, weil ich weiß halt nicht wo der ist. Und da könnten wir eben ja diesen Plan tauschen, habe ich ja gerade gesagt. Ah, hier ist glaube ich dieser Händler, ne? Ich glaube hier müssen wir eben tauschen. Okay, okay, ich habe das jetzt einigermaßen ausgeglichen, wir tauschen das jetzt. Ah, okay, er will jetzt, dass wir noch etwas so drauflegen, denn im Moment ist die Waage noch auf unserer Seite höher. So, hab mich gefreut mit dir, Geschäfte so machen, toll, nice, okay. Neues Inselkonzept, lol, perfekt. Okay, jetzt müssen wir mit dem Häuptling sprechen. Easy, Alter, das ging schnell. Okay, wir müssen dem Dorf jetzt Nahrung bringen und Materialien. Ich glaube ich muss das, ich glaube, wieso kann ich nicht, so jetzt geht es, ich wollte gerade sagen, wieso kann ich nicht kaufen. Okay, das müssen wir wahrscheinlich dann alles bei der Spendenbox hinmachen, warte mal, ich muss noch mal kurz was essen. Vogelpäffer, lecker. Ne, okay, das, ich weiß nicht, ob ich das oben beim Händler machen muss, aber ich denke nicht. Sondern ich glaube, ich muss das mehr hier unten machen. Okay, was ist, wenn wir jetzt zum Beispiel neun Vogelpäffer reinmachen? Das hat gar nichts gebracht. Alles klar, Digga. Okay, dann versuche ich mal noch mit ihm zu tauschen. Und vielleicht funktioniert es dann. Oder er möchte, was bist du denn für eine, ne? Oh ne, das ist so ein Vogel. Anja, aber das ist nicht ein gefährlicher, scheinbar. Glück gehabt. Ah, okay, jetzt habe ich mit ihm getauscht, jetzt ist die Nahrung auch voll. Okay, dann geben wir dir noch ein bisschen Materialien. Zum Beispiel dieser Felsseile und dann noch dieses Steinzeugs. Dafür möchte ich aber, ja, die zwei Sachen. Ja, perfekt. Zieh dir die Explosion des Dorfes an. Okay, okay, wir haben es geschafft. Wir sollten jetzt genug für ein Upgrade in unseres Dorfs zusammen haben, wie du es genannt hast. Wir wollen warten, damit du dir die Resultate löst, die Resultate ansehen kannst. Ich habe nicht viel von dir gehalten, aber du hast uns geholfen, an die Spitze dieser Welt zu kommen. Wow, 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 wow. Wir werden die Gruft mauern senken. Okay, ach, für mich, lol. Ja, ist gut, danke. Okay, alter, oh, oh. Alter, was passiert hier? Alter, die Maulung, das war's. Alter, ich dachte gerade, lol, jetzt ist er hier. Was, Junge? Ah, nice, wir haben jetzt Quest abgeschlossen, Mundpropaganda. Okay, die erste Gruft, wir gehen jetzt in, das ist hier scheinbar so eine Gruft. Und wir gehen da jetzt erstmal rein, was ist das hier? Okay, und scheinbar können wir das jetzt mit unserem Sprengfest, den, das er uns hier gerade gegeben hat. Das können wir jetzt hier, Gegenstand fallen lassen. Und jetzt können wir, oh nee, oh Gott, Alter, ich dachte gerade, ich schlag. Okay, wir können jetzt da zum Beispiel raufschießen. Alter. Ja, sehr behutsam war das wirklich nicht. Aber egal, ich sag, Alter, was war das gerade für ein krasser Move? Okay, aber wir sind jetzt immerhin drin. Also noch nicht, aber wir gehen jetzt rein. Ja, spiel. Warn, okay. Oh, schisch, Alter. Okay, was erwartet uns wohl da drin? Okay, also wir sind jetzt hier in dieser Gruft, hier können wir jetzt wieder raus. Okay, was gibt es hier drin? Okay, da drin ist irgendein Schalter, okay, da müssen wir wahrscheinlich rein. Okay, und für das wir da reinkommen, brauchen wir hier sowas wie eine Fackel oder so. Das kennen wir ja schon aus den ganzen Höhlen. Äh, ich weiß aber nicht, wie wir hier hochkommen. Hier hat es auch so ein Brett, aber ich sehe da, doch, da oben ist eine Zielscheibe, warte mal. Wie konnte ich das X ändern? Äh, nicht zum Pfeil, sondern eben zum, warte mal, wie ist das? Ah, das ist hier bei Ausrüstung? Wie steht Ausrüst? Ah, okay, ja. Jo, wie will ich das dort oben treffen, Junge? Ich kann da gar nicht so weit hochziehen. Hier ist Ende Gelände. Junge, wie will man das treffen? Okay, wieso sollte man es treffen, wenn man sich hier einfach auf das Brett wagen kann? Oh, nee, scheiße, warte mal. Oh Gott, das wird wieder tausend sauernd. Wie hoch können wir... Ach, Digga. Können wir... Vielleicht können wir nicht mal genug hochspringen. Nein, das hat nicht gereicht, schade. Okay, warte mal, was machen wir denn jetzt? Wie komme ich da hoch? Ich kann meine Maus nicht höher bewegen. Ach so, das geht nicht. Hä? Ich kann den Hebel auch nicht so abschießen. Geht leider auch nicht. Ach, als ob. Als wenn es so einfach wäre. Ich musste hier einfach diese Kiste zerschießen. Ach, komm schon. Okay, rauf da. Äh, nee, warte mal. Hier rauf. Hallo? Digga, was ist los? So. Okay, nice. Also, jetzt ist das Ganze unten. Ja, lolle, ich habe schon einen Schritt zu weit überlegt. Okay. Zack. Ja. Okay, und jetzt? Okay, da muss man sich scheinbar so hoch arbeiten. Oh, toll. Na, toll. Hm. Jetzt ist es oben zu. Wahrscheinlich müsste ich das denn jetzt offen haben. Wieso musste ich eigentlich nochmal in diese Gruft hier? Ah, okay, schauen wir doch nicht. War easy. Also, ich meine, mit Schammer doch nicht, dass ich runter musste. Oh, nee, jetzt fährt das da oben auch noch rum. Ach, Gott. Kimpfi, hier brauche ich wieder so zwei Fackeln. Muss ich vielleicht die vom Anfang wiederholen? Okay, wir haben hier einen Hebel gefunden. Einen Hebel gefunden. Hallo? Wieso kann ich das denn nicht runterklappen? Ähm, alter. Ähm, okay. Ach so, lolle, jetzt fährt das hier nicht mehr, oder was? Oh, nee, ich habe es kaputt gemacht. Okay, es kann irgendwie nicht durch dieses Licht durch. Und was möchte ich denn machen, dass das... Ich verstehe es nicht. Oh, lolle. Okay, oben ist jetzt auch so ein Dings. Der zweite wissen wir ja, wo es ist, aber irgendwie spackt das. Dass wir nicht rumfahren. Können wir das hier bewegen? Ich habe mich aber rübergeglitscht. Lolle, guck mal. Hahaha. Ich glaube, das sollte ich so nicht machen, aber... Ja, was soll ich denn machen, Junge, wenn es mich nicht, äh, durchgelassen hat, Anna? Ah, jetzt würde das funktionieren. Toll. Mann, Mann, W-Taste. Oh, es hat noch gereicht. Mann, geh doch rüber. Ja, alles klar, Digga. Scheiß W-Taste, ich hasse dich. Mann, wieso leckt die auch? Ich verstehe es nicht. Die hat immer gut funktioniert und dann plötzlich auf einen anderen Tag geht die nicht mehr. Okay, aber jetzt haben wir es geschafft. Alter, sind wir bald oben. Okay, ja, das ist scheinbar die letzte Etage. Oder eine der letzten. Oh, lol. Richtig Jump'n'Run hier, Anna. Okay, da müssen wir ja schon mal auch wieder abschießen. Pam. Ah, das geht jetzt nach oben. Na, perfekt. Was ist hier noch? Nix. Hier oben ist auch wieder ein Typ. Digga, was ist das hier überhaupt? Oh, lol. Ich wäre fast drauf. Lol. Okay, man kann auch was sind. Okay, das Spiel ist ein bisschen sehr buggy. Okay, warum? Wahrscheinlich für diese Tür hier so einen Hebel und der ist da drüben. Oh, lol. Hat gereicht. Okay, easy. Easy. Easy peasy. Oh, okay, ja. Doch, relativ easy. Zack. Okay, jetzt kommt da irgendwas noch. Achso, das ist dann wahrscheinlich für die Tür, oder? Ach, das Pferd. Nein, ich habe daneben geschossen. Nein. Alter, das kann ja nicht wahr sein. Come on, komm jetzt. Ich will jetzt da rein. Äh, öh. Ich habe es doch getroffen. What? Junge. Ich will jetzt da rein. Ich will jetzt wissen, was da drin ist. Ich will jetzt.